Unsere Welt ist aufgeteilt in Gut und Böse, in Gewinnen und Verlieren, in Spiritualität, also in eine geistige Welt und eine materielle Welt, in Soll und Haben. Das ist die Welt der Ungleichheit. Denn wer gewinnt, nimmt einen Verlierer in Kauf. Aus diesem Grund haben wir Moral. Die Gewinner verfügen daher über Moral und beuten nicht zu sehr aus. Ansonsten würden die Verlierer aufbegehren. Das ist unsere Welt des Ungleichgewichtes, die ständig nach Gleichberechtigung und Ausgleich strebt. Diese Unruhe betrachten wir als existenziell. Denn kommt es tatsächlich zum Gleichgewicht? Ist es gleichzeitig ein Stillstand? Doch wann hat sich der Mensch in seiner Annahme von Bewusstsein in spirituell und materiell getrennt? Diese Frage stellte sich die Philosophie immer wieder. Aber sie fragte sich immer mit vollem Wagen. Sie fragte sich immer, wann weiß der Mensch, dass er ist. In Deutschen ist die Frage bereits die Antwort. Der Mensch weiß, dass er ist, wenn er ist. Das ist das Ur-Ich. Zu diesem Zeitpunkt baut der Mensch sein Bewusstsein auf, wenn er nicht durch Eigentumsrechte eingeschränkt wird. Noch hat der Mensch keinen Dualismus aufgebaut. Er begibt sich auf Nahrungssuche und stellt fest, dass dieses viel einfacher ist in der Gemeinschaft. Er kennt nicht Gut und Böse, also Haben und Stehlen oder sonstige moralischen Ansprüche, die wir heute an unsere Gesellschaft und an uns selber stellen. Sondern dieser Mensch definiert sich über die Gemeinschaft. Sein Bewusstsein findet auf der Ebene der Gemeinschaft selber statt. Seine Vernunft entwickelt sich anders als von dem Menschen, der gelernt hat, was gut und böse ist. Der abgeschnitten wurde von seiner Nahrungsquelle durch Eigentumsansprüche. Der sich andienen musste, damit er essen konnte. Dieser Mensch lebt bereits im Dualismus. Doch wir denken jetzt auf der Basis des Ur-Ichs. Wenn er sich als einzelner Mensch positiv in die Gemeinschaft einbringt, bekommt er von der Gemeinschaft seinen Lebensunterhalt zurück. Er kennt kein Bonusdenken. Er erwartet für sein Engagement in der Gemeinschaft keine Vorrechte. Die andere wiederum vom Essen abhalten, damit er mehr Essen bekommt. Es gibt keinen Dualismus. Wer andere durch Eigentumsrechte abhalten will, gilt als asozial. Dieser Mensch entwickelt Werkzeuge für die Gemeinschaft, damit die Gemeinschaft sich besser versorgen kann, einfacher versorgen kann. So erhält der einzelne Mensch seinen Boni über die Gemeinschaft, ohne Ausbeutung, ohne Wertschöpfung. Er erwartet also keinen Bonus, keinen Mehrgewinn, den sich die anderen vom Jagdanteil abzwacken müssen. In dieser Gesellschaft ist der junge Mensch auch nicht gezwungen, Rücklagen für sein Alter anzulegen, wenn er nicht mehr auf die Jagd gehen kann. Dieses Wert- oder Minderwertdenken gibt es nicht. Der Mensch ist in sich selber nicht geteilt. Doch wie kommen wir zum Dualismus, der heute überall wirkt? Im Zeitalter der Jäger und Sammler gab es diesen Dualismus nicht. Da aber die Population anstieg, entschied sich der Mensch zu Ackerbau und Viehzucht. In diesem Moment war diese Entscheidung richtig. Es gab genügend Land, das an die vielen Menschen verteilt werden konnte. Da aber die Population weiter anstieg, entwickelte sich das Eigentumsrecht. Das war der Beginn der Teilung, des Dualismus. Es fand eine Umkehrung der Werte statt. Eine Umkehrung der Vernunft. Das Herrschen. Die Abhängigkeit war geboren. Der Mensch musste sich teilen. Bereits Hegel behauptet, dass der Mensch drei Bewusstsein hat. Doch diese Überlegungen entspringen oberhalb der ersten Definition über Eigentum. Die Philosophie hat also niemals den echten Menschen erfasst, sondern sich lediglich nur mit dem Menschen befasst, der sich mit der Vernunft in dieser heute aktuell praktizierten Wertelehre bereits arrangiert hat. Daraus ergibt sich natürlich ein Weltbild, das falsch ist als richtig, da es wissenschaftlich nachgewiesen ist. Geht aber die Wissenschaft von einer falschen Basis aus? Oder nimmt die zweite Stufe der menschlichen Psyche als Basis an, ergeben sich grundsätzlich immer falsche Ergebnisse. Hegels Analysen oder Platons Staat sowie Konfuzius' Staatslehre ist also nur mit vollem Magen zu denken. Mit einem Magen, der sich mit Herrschen vollgeschlagen hat. Und so wird Lüge zur Wahrheit. Hegel hat also das Bewusstsein als nackter, hungriger Mensch niemals erfasst. Sondern er betrachtete die Wertelehre als Basis. Als Basis unseres Bewusstseins und entdeckte sozusagen die verkehrte Vernunft. Er und seine Kollegen analysierten also immer nur den Menschen ab dem Zeitpunkt, wo Eigentum definiert war. Den Urmenschen selber, das Ur-Ich, hat er nie gesehen. Aus diesem Grund glaubt die Menschheit heute, sie kann ohne Dualismus nicht mehr leben. In der Bibel wird das Eigentum, die Erkenntnis zum Eigentum, ganz eindeutig mit dem Griff zum Apfel dargestellt. In der heutigen Interpretation ist es das Stehlen des Apfels, das Nicht-Gehorchen. Doch in Wahrheit ist es die Erkenntnis und das Bewusstsein, wie man herrscht. Das Herrschen selber ist also die Arbsünde. Die Arbsünde des Menschen ist die Erkenntnis des Eigentumsanspruchs, die wir durch Gott erfuhren und deshalb aus dem Paradies flogen. Hier beginnt bereits das Paradox. Denn das Paradies ist nicht bei Gott, sondern das Paradies gibt es, wenn niemand Eigentumsansprüche auf die Erde stellt und dadurch herrscht. Gott könnte also in der Bibel die Niedertracht sein. Und genau mit dieser Erkenntnis wurden Adam und Eva mitsamt dem Satan aus dem Garten Eden vertrieben. Das ist das Bewusstsein, was der Mensch als Urbewusstsein annimmt in der Philosophie. Was aber falsch ist. Die Bibel selber darf man daher nicht als historisches Werk betrachten, sondern man muss sie als Mythologie sehen. Sie zeigt eindeutig, wie der Dualismus auf die Welt kam. Und durch die Fehlinterpretationen der Kirchen und Religionen wird diese Wertelehre als natürlich erachtet. So benutzen wir die Bibel jetzt als Grundlage für den Aufbau unserer Gesellschaft, anstatt sie als kritisches Schriftstück zu betrachten, die aufzeigt, was wir nicht tun sollten. Die Apokalypse, die Offenbarung, das Ende der Welt, ist also das Ende der Akzeptanz der Evangelien. Das ist das Fazit der Bibel. Die Bibel beschreibt also lediglich den Vorgang, wie der Dualismus in die Welt kam und den ständigen Kampf der Menschheit in dieser geteilten Welt. Sie beschreibt also das Ende der Wertelehre, das Ende der falschen Vernunft. Da aber die Bibel als Wegeplan, als Gesellschaftsplan angesehen wurde, erfahnten die Priester und Religionen das Leben nach dem Tod, wo der Nandualismus wieder stattfinden soll. So hat sich die Menschheit eine Realität erschaffen, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Eine künstliche Realität, eine künstliche Vernunft, die sogar mit der Wissenschaft bewiesen werden kann, weil die Wissenschaft falsche Annahmen als richtig ansieht und so zu den falschen Ergebnissen kommt und die falsche Realität bestätigt, sogar Wege aufzeigt, wie man in dieser falschen Realität doch noch irgendwie im Dualismus überleben kann. Durch Ausgleich, durch Moral, durch Gesetze, durch künstliche Gemeinschaft, die sich über die Wertschöpfung finanziert. Der Mensch, das Ur-Ich des Menschen, musste sich aufteilen in Diener und Herrscher. Das benötigt Recht und Gesetz. Und aus diesem Grund war es auch so wichtig zu christianisieren. Nur mit dieser Lehre über Eigentum kann geherrscht werden. Wer also innerhalb der momentan herrschenden Vernunft nach Lösungen sucht, wird sich immer im gleichen Kreislauf des Unvermögens befinden. Es gibt keine Gemeinschaft, die sich über eine Wertschöpfung, über Gewinnen und Verlieren neutral und gerecht definieren kann. Es muss also eine andere Vernunft her, die einen anderen Basiswert akzeptiert. Also die Leistung.